Die 5 besten Schreibtische im Vergleich, Schreibtisch 160x80 Ich habe vor kurzem den Movian Hidro modernen Schreibtisch von Amazon Marke gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Der Schreibtisch hat 4 geräumige Schubladen und bietet viel Platz für meine Bücher und Arbeitsutensilien. Die Montage war einfach und die Anleitung verständlich. Der Schreibtisch ist sehr robust und stabil, obwohl er aus Holzwerkstoffen besteht. Das minimalistische Design und die glatte Oberfläche geben meinen Arbeitsbereich ein modernes Aussehen. Insgesamt kann ich diesen Schreibtisch jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem funktionalen und stilvollen Arbeitsplatz ist. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ultradesk Frag XXLRGB LED Gaming Schreibtisch. Das große Arbeitsfeld und das XXL Pad sind perfekt für meine Bedürfnisse beim Arbeiten und Spielen. Die beiden Kabeldurchlässe sind sehr praktisch, um meine Kabel ordentlich und unauffällig zu halten. Das Fach für Steckdosenleisten ist auch sehr nützlich und hilft mir dabei, mein Kabelmanagement zu verbessern. Das Stahlgestell ist sehr robust und stabil und das schwarze Pad sieht sehr schick aus. Der Schreibtisch hat eine Größe von 160 x 75 cm und bietet ausreichend Platz für all meine Geräte. Zusammenfassend ist dieses Produkt sehr zu empfehlen. Ich habe mir den Krieg Hi-Desk Smart Höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft und bin absolut zufrieden damit. Die elektrische Höhenverstellung ist super praktisch und ermöglicht es mir, zwischen Sitzen und Stehen zu wechseln, was gerade bei längerem Arbeiten am Schreibtisch sehr angenehm ist. Die Tischplatte ist schön groß und bietet genug Platz für Laptop, Bücher und Notizen. Das Design in Silber und Ahorn passt perfekt zu meinem Arbeitszimmer und verleiht dem Raum eine moderne Note. Alles in allem ein toller Schreibtisch, den ich definitiv weiterempfehlen kann. Ich bin begeistert von meinem neuen Raburg Yulukia Schreibtisch in Weiß. Die elektrische Höhenverstellung von 65 bis 128 cm lässt sich stufenlos einstellen und ermöglicht mir eine optimale Ergonomie beim Arbeiten. Mit einer Größe von 180 x 80 cm bietet der Schreibtisch ausreichend Platz für meine Arbeitsmaterialien. Das moderne Design passt perfekt in mein Arbeitszimmer und gibt mir das Gefühl von Style und Professionalität. Die Qualität des Produkts ist hervorragend und der Aufbau war auch ohne Hilfe problemlos möglich. Ich empfehle diesen Schreibtisch jedenfalls weiter. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Krieg High-Desk Basic Höhenverstellbaren Schreibtisch. Die elektrische Verstellung der Höhe funktioniert einwandfrei und ermöglicht mir eine ergonomische Arbeitsposition im Sitzen und Stehen. Die Tischplatte ist stabil und hat genug Platz für meine Arbeitsunterlagen. Das weiße und graue Design passt gut zu meinem Büro und gibt ihm einen modernen Look. Die Montage war einfach und schnell erledigt. Insgesamt kann ich diesen Schreibtisch allen empfehlen, die viel Zeit am Schreibtisch verbringen und eine gesunde Arbeitsposition einnehmen möchten. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.